Teil 44 Das war die Vila, welche von ihrem Herrn verstoßen worden war. Ihr langes Haar lag offen über ihren Schultern und abgesehen davon, dass sie zu dünn war, war sie das schönste Wesen in diesem Raum. Wahrscheinlich in ganz Asgaban. Man konnte ihr gar nicht zutrauen, dass sie zwei Zauberer angegriffen und den einen dabei getötet hatte. Soweit Draco wusste, war sie ziemlich schnell verurteilt worden. Er hatte komplett vergessen, dass sie auch hier war. Kein Wunder, dass der Heiler sofort wusste, wie er mit Dracos Vila-Magie umzugehen hatte. Was soll das werden? fauchte der Aufseher sie an und deutete mahnt auf die Kartoffelscheiben vor ihr. Sie löste langsam den Blick von Draco und blickte den Wärter herausfordernd an. Ich denke nicht, dass ich als Vila solche niedrigen Aufgaben erledigen sollte. Wir sind reinere Wesen als ihr Zauberer. Einige Todesser schnarrten mit den Füßen und starrten sich untereinander und dann wieder sie an. Wiederhol das, du Drecksstück! Knurrte ein großer, hagerer Mann, welcher Draco stark an Snape erinnerte. Ich sagte, du Affenhirn, dass wir von Vögeln abstammen. Großen, ehrbaren Wesen der Lüfte. Frei und unabhängig. Ihr seid nur von euren Bäumen auf die Erde gefallen und habt schließlich ein kleines Stöckchen gefunden, mit denen ihr süße Tricks machen könnt. Zieht mir diese Nadel aus meinem Nacken und dann zeigt mir, wie mächtig ihr seid, wenn ihr euer Stöckchen nicht dabei habt. Ihr seid nicht besser als die Muggel, die ihr so verachtet. Du Schlampe! brüllte der Hagere und stand trugartig auf. Mit ihm erhoben sich andere Gefangene und Draco erkannte, dass nicht nur ehemalige Todesser darunter waren. Ich mach dich kalt, du wertloses Halbblut! Dafür, dass du dich jetzt so aufpumpst, habt ihr euch ziemlich vergriffen, was eure Auswahl in eurem exklusiven Verein angeht, nicht? Draco hatte eine böse Vorahnung, was jetzt kommen würde und versuchte, sich hinter seinem Kartoffelberg möglichst klein zu machen. Aber das brachte alles nichts. Unter unserem dunklen Lord haben nur reine Zauberer gedient. Er wollte die Welt von solchen Viechern wie dir befreien, euch zeigen, wo euer Platz ist und das ist zu meinen Füßen, wo du mir den Schwanz lecken darfst. Dafür ist das Mal auf dem Arm der Wieler da drüben aber verdammt schwarz. Sie hob ihre gefesselte Hand und deutete auf Draco. Natürlich hatte sie ihn erkannt. Wenn er nicht so darauf bedacht gewesen wäre, nicht aus der Masse herauszustechen, dann wäre sie ihm sicher auch früher aufgefallen. Jetzt hatte er ein Problem. Er und seine Mutter waren nicht nur straffrei davongekommen, sondern hatten den Helden unterstützt. Er war ein Verräter und Draco war sich sicher, dass in Asgaban über nichts auch nur eine winzige Schicht Gras wuchs, egal wie viel Zeit verging. Nicht mal Unkraut wucherte hinter diesen Mauern. Kurz blickte Draco hilfesuchend zu den Wärtern, die aber standen nur gelassen hinter der Wieler und beobachteten die eskalierende Situation. Entweder es war ihnen egal, was jetzt geschah und sie genossen das Schauspiel oder sie hatten es darauf angelegt. Vielleicht hofften sie ja, dass sie sich alle umbrachten und sie dann weniger zu tun hatten, nachdem sie Leichen weggeräumt hatten. Ein großes Loch auf dem Friedhof, sie alle, samt dem Gemüsezeug rein, Erde drauf, fertig war das Massengrab. Hey, Malfoy! bellte ihn einer der Todesser an, mit welchem Draco einige Male gesprochen hatte. Stimmt es, was das Dreckstück da sagt? Gehörst du zu ihrer Rasse? Die ist nicht besser als die Hauselfen, die unseren Dreck weglecken. Die beste Entscheidung wäre gewesen, einfach den Mund zu halten. Aber wenn Draco das tun würde, da war er sich sicher, würde er noch mehr Probleme bekommen. War nur die Frage, ob er lügen sollte oder nicht. Lügen würde spätestens dann auffliegen, wenn jemand das Schlussstück in seinem Nacken sah oder wenn einer der Wärter reden würde. Wenn er die Wahrheit sagen würde, dann könnte er sich genauso gut gleich in seiner Zelle eine besonders tiefe Pfütze aussuchen und versuchen, sich darin zu ertränken. Also stand er auch auf und musterte sein Gegenüber und lächelte nachsichtig. Was ich bin und was nicht, geht besonders dich ein Scheißdreck an. Soweit ich mich erinnere, warst du eine der Speichellecker von Voldemort und als es dann an die Schlacht ging, hast du dir doch einen Fuß in deinen Highheels verstaucht und konntest dann nicht mitmachen. Ein Schaudern lief durch alle Anwesenden, als Draco Voldemort sagte. Allerdings kicherten die meisten Todesser, als sie sich daran erinnerten, dass Draco sehr wohl recht hatte mit dem, was er da sagte. Ich hatte mir mein Bein gebrochen, schrie ihn der Todesser an. Selbst die Flachpfeife Longbottom hatte sich sein Bein gebrochen und er hat Nagini getötet. Unser geschätzter Held Potter ist sogar gestorben und hat trotzdem weiter gekämpft. Ich bring dich um, du widerliche Missgeburt, brüllte der Todesser und stieß seinen Stuhl nach hinten. Er stellte seinen blanken Fuß auf die Tischplatte, um sich auf Draco zu stürzen. Er war mal wieder zu weit gegangen und sah sich schon mit dem Todesser auf seiner Brust vor sich, wie dieser ihn mit dem Kartoffelschäler bearbeitete. Allerdings wurde der andere, als Draco dabei war zurückzuweichen, von mehreren Seilen umschlungen, welche ihn auf die Platte stürzen ließen, wo er bewegungslos, dafür aber immer noch schreit und Verwünschungen ausstoßend liegen blieb. Die Werther schienen nur auf Verstärkung gewartet zu haben, denn zehn Männer standen im Raum und Draco folgte dem Beispiel der anderen und ging auf die Knie. Sie schienen das schon zu kennen. Azkaban war wirklich ein liebreizender Ort. Der Todesser wurde aus dem Raum geführt oder eher schwebend hinaus buxiert. Auch die Vida wurde nach draußen begleitet, doch auf Dracos Höhe blieb sie stehen und wandte sich zu ihm um. Kleine Vida sprach sie ihn an und Draco beschränkte seine Reaktion darauf, dass er den Kopf senkte und auf den Boden starrte. Uns beiden wurde viel geschenkt. Wir sind mächtig gewesen. Ich habe nur den Fehler gemacht, dass ich einen von den unwürdigen Affen angegriffen habe, aber jeder Affe weniger ist ein Schritt für uns an die Spitze nach oben. Nun hob Draco den Kopf und starrte der Vila mit offenem Mund nach. Das konnte doch nicht wahr sein. Selbst unter Vilas gab es Rassisten. Irgendwie ironisch, dass die Verfolgten nun den Spieß umdrehten. Kleiner Malfoy, was kam jetzt? Da du den Gefangenen gereizt hast, dass er die nächsten Tage in der Zelle verbringen muss, wirst du sein Gemüse auch noch schälen. Wies ihn einer der Wächter auf seine Misere hin und mit dem Schnippen seines Stabes landete auch der andere Gemüsehaufen von dem Todesser bei seinem. Ein leises Ächzen entfloh Dracos Lippen, als er endlich die letzte Möhre sauber geschält hatte. Er dankte der Evolution dafür, dass sie die Hauselfen und die Magie erfunden hatte. Nie wieder in seinem ganzen Leben würde er einfach so eine Kartoffel oder eine Möhre essen können, ohne daran denken zu müssen, wer sie geschält hatte. Wie überlebten die Muggel überhaupt? An jedem Finger, selbst an dem Kleinen, hatte Dracos schwächere und tiefere Schnitte. Dabei war er extra vorsichtig gewesen, aber das war dem Messer an dem Muggelding anscheinend scheißegal gewesen, denn er wusste nicht mehr, wie oft er die Finger in den Mund geschoben und daran genuckelt hatte. Er war der Letzte, der fertig wurde. Die anderen waren nach und nach zurück in ihre Zellen gebracht worden, bis nur noch Draco vor seinem Berg an Gemüse gesessen war. Immer wieder hatte er sich überlegt, sich zu weigern, aber die Alternative wäre weniger prickelnd gewesen. Wenn es einen schlimmeren Ort als Asgaban geben musste, dann musste diese Zelle, in welche er wandern würde, wirklich eng und winzig sein. Er wollte es nicht testen, ob man darin wirklich nicht aufrecht stehen konnte. Fein gemacht, kleiner Malfoy, lobte ihn die Wache spöttisch. Ich bringe dich gleich zum Happa-Happa-Fassen. Wir sind jetzt schon spät dran. Als die Wache Draco durch die doppelte Flügeltür führte, war Draco klar, wie spät es war. Alle Häftlinge saßen schon an langen Holztischen, welche Draco auf fiese und perverse Weise an Hogwarts erinnerten. Ein Stoß in den Rücken brachte ihn dazu, sich in Bewegung zu setzen. Der Aufseher deutete auf ein Tablett, das neben der Tür in der Luft schwebte. Mit einem Blick darauf wusste Draco, dass es wahrscheinlich so schmeckte, wie es aussah. Es ähnete erschreckenderweise dem grünen Schimmel bzw. den Algen, welche an seiner Zellenwand wuchsen. Unsicher hob er den Blick von der Pampe und bekam aus den Augenwinkeln mit, wie mehrere Gefangene ihre Nachtbahn anstießen und mit den Fingern oder mit den Löffeln auf ihn deuteten. Sofort straffte Draco die Schultern und schluckte trocken. Sein Blick huschte die Tische entlang und er sah, die vorderen Plätze alle belegt. Eine ganze Gruppe an Todessern, darunter der Mann, seiner verstorbenen Tante Bellatrix, Rudolfus Lestrange, stellten ihre Mahlzeit ein und starrten ihn so hasserfüllt an, dass Draco sich irgendwie gut vorstellen konnte, was passieren würde, wenn sie sich in einer dunklen Gasse treffen würden. Oder in der Winkelgasse. Oder vor einer ganzen Aurorengarde. Sie würden ihn sicher zu gerne für seinen Verrat hinrichten. Und dabei würde es ihm sicher nicht sonderlich helfen, dass er mit der Frau von Rudolfus verwandt gewesen war. Merlin, wenn er wüsste, dass er vor wenigen Wochen bei den Wieseln einen Nachmittag verbracht hatte, würde er ihn zu Tode foltern. So schnell, dass es nicht nach einer Flucht aussah, ging Draco an ihn vorbei und verstand, als er zwischen den vier Tischen hindurchging, auf einen Schlag die Sitzordnung. Zu seiner Rechten saßen nur ehemalige Todesser, die, die für ihn gearbeitet hatten, oder auf eine sonstige Art mit ihnen kollaboriert hatten. Auf der anderen, die restlichen Gefangenen. Und keiner der beiden Seiten würde ihm über den Weg trauen. Als Draco ganz am Ende der Tische angekommen war, hatte die halbe Halle aufgehört zu essen und beobachtete ihn. Kurz wog Draco ab, was klüger wäre. Die Todesser würden ihn niemals bei sich sitzen lassen, während die restlichen Gefangenen ihn hoffentlich nur ignorieren würden. Deshalb schob er sich an den Tisch zu seiner Linken und bezog damit Stellung. Sofort brach eine mittelschwere Entrüstungswelle aus und das auf beiden Seiten des Raumes. Doch Draco senkte nur den Kopf und begann die Algengrütze zu essen. Er hatte sich an seinen Vorsatz gehalten und den Kopf nicht gehoben. Er hatte die mehr oder weniger einfallslosen Beleidigungen von beiden Seiten über sich ergehen lassen und an Harry gedacht. An die kleinen süßen Stückchen, welche sie jeden Tag zum Kaffee gegessen hatten. Nur einmal, weil sie es nicht aus dem Bett geschafft hatten, hatten sie sich abends einige Eclairs geholt und dann einen Mitternachtssnack eingenommen. Auf einem der Turmgelände der Notre Dame. Harry hatte den Verschlägerungszauber über sie gesprochen und sie hatten sich mit gekreunzten Beinen gegenüber gesessen und jeder war in einer Gedankenwelt versunken gewesen, ehe Harry gesagt hatte, Draco? Hm. Du. Ach, egal. Draco hatte nicht weiter reagiert und Harry war nach kurzer Zeit nervös auf seinen Hintern hin und her gerutscht. Du musst mich jetzt fragen, was ich sagen wollte. Wieso sollte ich das machen? Weil ich das bei Ginny auch immer gemacht habe. Draco hatte ihn verdutzt angesehen und sich dann dermaßen einem Stück in seinem Mund verschluckt, dass er fast verhustend von der Brüstung gefallen wäre. Heißt das? Du bist die Frau in unserer Beziehung? Ach, Potter. Ist das herrlich? Dann frage ich natürlich gerne. Was wolltest du sagen, Honey? Kurz hatte Harry geschmollt. Dann hatte er gesagt. Zum einen bin ich nicht die Frau und dann wollte ich dich fragen, ob du was von den Wieler-Gen spürst. Also kannst du spüren, dass etwas anders ist. Seltsamerweise war diese Frage Draco nicht sauer aufgestoßen und sie hatten danach gesittet über Vilas gesprochen. Eigentlich hatte Draco erzählt und Harry hatte in der Zeit die ganzen süßen Stückchen aufgegessen. Manchmal hatte Draco den Verdacht, dass das Wiesel einen sehr schlechten Einfluss auf Harry hatte. Oder er genoss es wirklich, so viele süße Stückchen zu essen, wie er eben wollte. Na, wenn das nicht Draco Malfoy, der Doppelspion ist. Zischte ihm eine Stimme ins Ohr und Draco sah sich gezwungen aufzusehen. Am liebsten hätte er es nicht getan, denn niemand Geringeres als Crowley stand hinter ihm. Der Aurore, welcher Draco damals in einer Pfütze hatte baden lassen wollen, nachdem Draco Harry geheilt hatte. Als Harry ihm helfen gewollt hatte, hatte der Kerl auch Harry angegriffen, was diesen nach Asgaban gebracht hatte. Mit Grauen erinnerte Draco sich daran, dass der Mann seine Tochter im Krieg verloren hatte. Jetzt hatte er einen doppelten Grund, seine Aggressionen an Draco auszulassen. Dass dieser weder für das eine noch für das andere etwas konnte, würde dem Mann wahrscheinlich nicht milder stimmen. Hinter ihm hatten sich weitere Männer aufgebaut, welche die Arme vor der Brust verschränkt hatten und sie beide so vor den Blicken der diensthabenden Wachen abschirmten. Dieses Mal wollte Draco wieder auf seine vorgefasste Meinung beharren und hielt den Mund. Er senkte den Kopf und schob sich einen weiteren Löffel, von der Paste über die Lippen, auch wenn er kaum schlucken konnte. Crowley beugte sich zu ihm runter und Draco kaute unnötigerweise angestrengt auf dem Brei herum. Du musst gar nichts so tun, als würdest du mich nicht hören, Todesser. Ich wollte dir sagen, dass du vorsichtig sein sollst, mit wem du dich hier drin anlegst, aber ich denke, dass du dir draußen schon genug Feinde gemacht hast und wenn man niemanden hat, der auf einen aufpasst. Er ließ den Satz in der Luft hängen und Draco sah zu ihm hoch. Und jetzt bietest du dich mit deinen Jungs als Leibwache an. Ein grausames, leicht irres Lächeln erschien auf Crowleys Lippen. Humor hast du, Malfoy? Nun, nein. Ich gedenke, das nicht zu tun. Auch werden wir nicht zu dumm sein, uns an dir abschauen, die Finger schmutzig zu machen. Die Hand des Mannes schob sich fast liebevoll über Dracos Rücken und sofort spannte sich dieser an. Seine Finger glitten schon fast spielerisch über die Platte in Dracos Nacken, tippten sie an und bewegten so die Nadel in seinem Kopf. Kurz sah Draco nur weiß und spürte, wie seine Nackenmuskeln nachgaben und sein Kopf nach hinten zu sinken drohte. Doch dann verschwanden die Finger wieder und Draco konnte sich davon abhalten, rückwärts von der Bank zu fallen. Die Finger von Crowley verfingen sich in Dracos Haaren. Er strich einige Augenblicke fast liebevoll hindurch und Draco musste seinen rebellischen Magen zur Ruhe zwingen. Er sagte sich selber, dass der andere ihn demütigen wollte und es keine sexuellen Aspekte beinhaltete. Vielleicht war es, weil Draco abgelenkt war oder er war schlicht nicht darauf vorbereitet, was als nächstes passierte. Mit einem kräftigen Stoß krachte Dracos Wange in das restliche Püree. Schmerzen explodierten gleichzeitig in seiner Wange und in seinem Kopf. Er stieß einen Wimmern aus und seine Hände schlossen sich krampfhaft um die Tischplatte um sich selber davon abzuhalten, sich gegen den Griff zu wehr zu setzen. Der warme Atem des Mannes strich ihm über die Wange und er beugte sich tiefer bis zu Dracos Ohr. Hör gut zu, du kleine blonde Schlampe. Auch wenn ich den gleichen Kittel wie du trage, so kenne ich viele von den Wachen hier drin persönlich. Sie mögen mich. Immerhin waren wir viele Jahre lang Kollegen und von dem ein oder anderen kenne ich sogar die Familie. Draco wusste nicht, was das mit ihm zu tun hatte, aber er hielt still und spürte, dass die Wunde an seinem Nacken wieder zu bluten begonnen hatte. Denn der Geruch des Essens mischte sich langsam mit dem metallischen Geruch nach Blut. Was ich damit sagen wollte, Malfoy, ist, dass einige der Werte hier ganz scharf auf so Frischfleisch wie dich sind. Zudem sind einige immer noch ziemlich heiß darauf, mir einen Gefallen zu tun. Ich denke, dass ich deinen Namen in den nächsten Gesprächen fallen lasse. Ich würde meine Rache bekommen und ihn würde es nicht so viel abverlangen, wenn sie ihre Lieblingsgefangenen, welche sie ab und an aufsuchen, um dich erweitern. Sie könnten dann ihre Schicht tauschen, sodass sie die Nachtwache bekommen. Crowley schwieg und er hätte gar nicht mehr sagen müssen. Draco verstand sehr wohl, was er ihm mitteilen wollte. Einige Male strich der Mann ihm noch durch sein Haar, dann ließ er von Draco ab, aber nicht ohne diesem noch mal zuzumurmeln. Zu dumm, dass man die Zelle nicht abschließen kann, nicht wahr, Malfoy? Erst als er und seine Kumpan weg waren, hob Draco seine Wange aus dem Essen und strich es sich fahrig mit den Händen aus Gesicht und Haaren. Er versuchte, sich selber zu beruhigen, indem er sich sagte, dass der Mann niemals so viel Einfluss haben konnte, dass ihn jemand wirklich so etwas antun würde. Crowley hatte das nur gesagt, um ihn zu verängstigen und mit seiner Psyche zu spielen. Trotzdem verkrampfte sich immer wieder sein Brustkorb in Panik und sein eigenes Blut lief ihm gemächlich in den Ausschnitt seines Hemdes. Nicht nur er fürchtete sich vor der kommenden Nacht, sondern die Wieler in ihm schrie vor Entsetzen laut auf, dass sie und ihn jemand anfassen würde. Dann auch noch gegen ihren Willen, brachte Draco dazu, sobald er wieder in seiner Zelle war, blind vor Tränen zum Klo zu stolpern, sich wieder zu übergeben und dann sein Gesicht in den Händen zu vergraben, so dass er selber und niemand anderes die Tränen sehen konnte, die seine Wangen hinunterran. Und dann auch gegen den Händen